Hallo und herzlich Willkommen bei einem weiteren Let's Play Survival. Mein Name ist Titan und mit mir ist der Dash. Welcome back! Yes Baby! Wir sind gerade zurückgekommen von unserem Ausflug Rohstoffe zu sammeln. Und nun, ja, bringen wir die hoch, ne, haben wir gesagt, in unser schönes Häuschen. Joa, wäre vorteilhaft und die wollen ja auch mal wieder Sonne sehen, ne, denke ich mal. Ja, Sonne würde ich auch sehr gerne sehen. Ich habe die zwar auch unter der Erde gesehen, aber das war trotzdem nicht echt irgendwie. Ich lass mal, mal 20, ja, das ist zu viel. Okay, mach mal die Hälfte und dann gehen wir hoch. So, jetzt habe ich 8 mehr als vorher. Kobbel, dies, das, bla, blub, können wir mit hochnehmen, den brauchen wir eh nicht hier unten. Das brauchen wir auch nicht hier unten. Das brauchen wir auch nicht hier unten. Weißt du, ich nehme mal den Kürbis mit, da können wir ja Kürbiskinder draus machen. Und den Mostow nehme ich auch mit hoch, den brauchen wir auch nicht hier unten. 15 Pfeile brauchen wir, ja doch, 15 Pfeile lassen wir mal hier. Okidoki, dann würde ich sagen. Auf nach oben. Blau Forest, ne, hier lang. Hier lang? Ja. Da kommt schon wieder, keine Ahnung, abgemagert. Ja. Oh, alter Schäde. Er dreht sich um und Headshot. Headshot, oh meine, komm schon. Komm, ich bock dich. So, bock dich, meine ich so. Ich muss ja was essen gerade. Ich bock dich, Junge. Da kommt ein Creeper und ich bin schon oben. Das ist ja schön. Nicht, dass er jetzt unsere... Oh nein, das wird er tun. Das wird er tun. Der will unsere Treppe sprengen, der Geier. Das war knapp, oder? Epic. Hast du den auch noch geschlagen? Weil ich hab den auch noch geschlagen. Ja, epic. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Oh, noch ein Creeper. Achtung. So, jetzt geht's ja vorwärts hier mit dem Schießpulver, ne? Oh ja. Projekt Schießpulver ist im Gange, sag ich dir. TNT will kommen. Absolut. Fehlt nur noch ein bisschen. Sand haben wir ja genug. So, schön, ey. So ein Glück, dass es aber auch noch hell ist, du. Oh ja. Und hier die Sonne scheint, aber die geht unter, glaub ich. Aber ist ja egal. Wir haben ja hier unsere Schnarchbettchen. Können wir dann nutzen. Ey, wie lange ich nicht mehr hier oben war? Das Zuckerrohr ist ja hochgewachsen und so. Meine Güte. Ja, direkt abbauen. Das Getreide können wir auch direkt abbauen. Ja, soll das Zuckerrohr abbauen? Ja, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Mach mal so. So. Und zwar nehme ich mir doch mal das hier schon mal in die Hand. Und sage, hier holen wir das Getreide. Daraus wird lecker Brot gebacken, oder? Lecker, lecker, lecker. Pizzabrot backen, oder doch lieber schwarzem Brot. Hast du da irgendwelche bestimmten Wünsche, Dash? Ne, es wird alles gegessen. Ne, was auf den Tisch kommt. Sehr gut. Richtig. Ja, so kenne ich das auch. Verdammt. Jetzt habe ich einen zu tief abgebaut. Mist. Einen zu tief? Ja. Wie meinst du? Muss mal wieder mit der Hake und so. Ach so. Ah ja, gut. Ich habe jetzt, glaube ich, keine Ahnung. Guck mal, das ist schon direkt wieder gewachsen. Ne, ich habe welches übrig gelassen, weil das noch nicht fertig war. Aber wir können auch eine Truhe für die Hake hinstellen. Ja, würde ich auch sagen. Das habe ich mir auch gerade überlegt. Dass wir das machen könnten. Eine Truhe und auch für das restliche Getreide und so. Warte mal. Ja, ich gehe jetzt mal gerade hier craften. Rot. Kannst auch gleich die Hake mitbringen oder so. Müsste, glaube ich, noch drin sein. Alle Werkzeuge haben wir hier reingeräumt. Das olle Werkzeug. Und ich mache mal gerade hier leer. Zack, 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 zack. Zack. Das können wir ja auch noch draußen tun eigentlich dann. Zack, zack. Und dann sage ich mal so. Legen wir das hier rein. Mit dem hier zusammen. Hier ist nichts mehr drin. Naja, egal. Achso, was wir noch brauchen, wäre ein bisschen Cleanstone für gleich. Der halbe Reich würde ich sagen. Und nehmen das noch. Schmeißen den guten alten Ofen an und zack, geht's raus in die Nacht. Was wollte ich hier draußen jetzt nochmal? Hake holen. Die Hake holen. Genau. Verdammt. Haben wir nicht. Haben wir nicht mal. Kopf wie ein Sieb, sage ich dir um die Uhrzeit. Hast du noch Samen dabei? Ja. Ich glaube, ich habe jetzt keinen... Oh Mann, ich sage Kopf wie ein Sieb, ey. Ich habe die Samen aber voll gemacht. Kannst du eine Truhe mitbringen oder Holz für eine Truhe? Willst du eine Truhe oder willst du Holz? Eine Truhe am besten. Im besten Fall direkt zwei Truhen. Das wäre der Idealfall. Da fällt gerade auf, haben wir gar kein Holz. Haben wir nicht? Ne. Na, dann holen wir uns das. Mann, Mann, Mann. Das wichtig sagen wir nicht. Errungenschaft erzielt. Dreimal auf Holz geklopft. Geil. Ich könnte zwar schwören, ich hätte schon öfter auf Holz geklopft. Viel öfter sogar. Aber naja. Nicht kein Holz mehr. Ja, unten lag noch was, ne. Unten in der Höhle in unserer Basis, sage ich mal. Da lag noch Holz. Ich habe keine Axt. Müsste ich mir mal craften. Ich frage mich gerade ehrlich gesagt, warum ich so verrückt bin und gehe in der Dunkelheit Holz suchen, wenn ich genauso gut schlafen könnte und im hellen Holz suchen könnte. Ich renne mal mit. Hier ist schon ein Skelett. Weißt du, hier kommst du zunächst immer fehlt in diesem Spiel irgendwas. Willst du irgendwas schönes bauen hast, was vor, fehlt dir dies, dann fehlt dir das. Oh ja. Das ist schon frustrierend an meisten Stellen. Jetzt fehlt mir zum Beispiel der Craftingtisch, um die Truhe zu erstellen. Gut, der fehlt mir nicht, der ist einfach nur zu weit weg. Vielleicht bin ich auch nur zu faul. Wer weiß. Da war doch noch zwölf Holz drin, sehe ich gerade. Echt? Ja, habe ich gerade beim rausgehen geblickt. Jetzt stellen wir die außen hin, oder? Wo stellen wir die hin? Ja, würde ich sagen, in das Ding rein. In das Ding rein? Ja, oder? Oder davor? Hm, ich stelle die jetzt einfach mal hier hin. Weil mir das so gut gefällt. Ja. Okay. Na gut. So, dann tun wir die auch direkt da rein. Die Brote wieder runter, hier was zum Buddeln, hier das und Pflanzenverschönerung hier. Zack, zack. Sag mal, wo sind eigentlich die ganzen Brote hin, die ich jetzt eben gemacht habe? Habe ich die schon wieder weg gemacht? Kann doch nicht sein, dass das alles ist. Habe ich denn nicht noch mehr dabei gehabt? Oh, da ist ein Dia. Ich habe ein Dia gesehen. Hihihi. Der Dia, der überlebt hat aus der letzten Folge. Ein Dia dem. Haben wir jetzt... Was wolltest du jetzt suchen? Äh, was ich suchen wollte? Ah ne, du hast hier Brot, ist er noch. Du hast doch nicht alles aus Brot gemacht, hier ist er noch. Kann ich nicht sehen, du. Du meinst aber nicht das hier, oder? Habe ich rausgenommen. Ah, okay, okay, okay. Ich habe hier noch Eisenbarren. Leg mal die direkt mal hier rein. Sieben Brot haben wir jetzt. Also ich noch. So, und sollen wir erstmal Rüstung machen, oder wie? Joa. Machen wir erstmal hier so ein Eimerchen, oder? Ähm... Verdammt. Wie geht denn nochmal ein Eimer machen, glaube ich es denn? Äh... So schräg, wie so ein Haken. Ne, dann machst du eine Schere mit. Wir haben doch einen Eimer, wir haben doch zwei Eimer. Ah, so, ah, ja, 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 oh man. Wir haben doch zwei Eimer. Habe ich schon gesagt, so kommt wie ein Sieb um die Uhrzeit. Haben wir schon einen Eimer? Ja, zwei sogar. Oh, super. Dann haben wir jetzt noch einen dritten. Hahaha. Alle guten Dinger sind rein. Du brauchst noch eine Eisenrüstung, ne? Ja. Gut, dann ist das erstmal das Wichtigste. Einmal, schön. Und dann brauchen wir jetzt zwei Eisenhosen. Eine für dich, eine für mich. Danke. Ja. Dann ziehen wir uns auch noch Schuhe an. Und damit wir wissen, wer wir sind, so, lassen wir den Helm aus. Damit wir unsere Gesichter unterscheiden können. Was hältst du von eine Idee? Zack. Auch hier. So, hier liegen noch deine Schuhe, ne? Da oben. Ja. Ja, ich baue gerade hier den Boden weiter. Ich würde sagen, ich verstaue das Ganze hier. Sollen wir nicht eine Runde... Ja gut, das können wir auch im Dunkeln machen eigentlich. Kreativ lässt grüßen, sag ich dazu nur. Haha. Dann haben wir hier endlich mal den Boden fertig. Oh, oh, wo geht's denn hier hin? Oh, hier geht's irgendwo hin. Echt? Echt? Sieht so aus. Wollen wir runter hier? Das ist interessant. Dann bauen wir mal zu besser, oder? Ja, willst du? Ja, ich weiß nicht. Ich will mal gucken. Ich brauche den Rest mal zu. Hast du noch Cobblestone? Ja, habe ich einen stecken. 39. Ich habe einen unten gelassen. Ach echt? Dann passt das hier ja so gerade, würde ich mal sagen. Na gut. Dann gucke ich mir mal draußen an, wie das hier aussieht. Ich habe ja mir überlegt, wir bauen eine automatische Farm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wo soll man die denn hinbauen am besten? Wenn ihr eine Idee habt, schreibt einfach mal irgendwas in die Kommentare rein. Also nicht irgendwas, sondern natürlich eure Idee für die automatische Farm. Ich meine, wir haben uns jetzt hier noch nicht so richtig in Ruhe umgeguckt, ehrlich gesagt. Das Areal haben wir jetzt nicht abgecheckt, nicht auf Herz und Nieren überprüft. Aber wir finden unser Haus wieder, wenn wir, sage ich mal, 30 Sekunden in irgendeine Richtung laufen. Den Rückweg finden wir. Hm. Eine automatische Farm. Also wir haben ja einen riesen Krater bei uns hinterm Haus, ne? Das ist ja nicht mehr normal. Das erinnert mich an diesen einen Film, wo die Vampire kommen. From Dusk Till Dawn. Die haben ja auch so einen richtigen Abgrund irgendwie hinter dem Haus. Ich glaube, wir wohnen auf verfluchtem Gebiet, Dash. Das ist jetzt nicht so toll. Oh mein Gott, ich komme Tür raus, direkt Zombie. Also wenn irgendwas ist, ich klebe mir den Hals zu mit irgendwas, wenn ich mich nachts hinlege, damit mich irgendeine Vampir-Fledermaus oder so beißt. Sag mal, warum hört der Weg hier eigentlich auf? Und warum hört man so Unkraut? Da war aber kein Kies mehr hatten, aber jetzt habe ich Kies. Jetzt kann ich das weiterbauen. Also hier ist ja unglaublich viel Unkraut. Ich meine, ich finde das schön, so ist das nicht. Also ich würde jetzt sehr gerne die automatische Farm gleich bauen. Ja, wäre ich auch für, ne? Machen wir uns ein paar Pistons und ein paar Repeater und so ein Kram. Dann rocken wir uns eine richtig fetzige Autofarm. Dann machen wir nur einen Hebel und müssen nachpflanzen. Ich würde mal sagen, Glas auch noch dazu, oder nicht? Ja, Glas zum Zudenken. Ja, würde ich auch machen. Zum Beispiel Cleanies habe ich rausgenommen. Cleanies raus. Hier ist noch Eisen drin. Wir haben noch Cleanies, ne? Hier haben wir auch Moonstone, hier 9. Wir haben auch ein bisschen Glas, aber das wird nicht reichen, um das zuzumachen, die automatische Farben. Okay. Cleanies habe ich, willst du ja haben? Hast du noch Cobblestone? Habe ich gerade reingetan. Ne, musst du rausholen bitte, wir brauchen noch welche für die Pistons. Habe ich. Habe ich. Nur ein Stück sind das. Das sind Cleanies. Ja, und hier sind... Machen wir mal, ah, die nehme ich. Cleanies. Die nehme ich auch. Dann nehme ich noch ein bisschen für Holz mit, hier. Oh, ne, haben wir hier noch. Kann man hier dran lassen. Dann haben wir noch, der ist leer. Hier ist Eisen. Wunderbar. Kann man direkt nach hier oben dran. Nicht, falls der Ofen explodiert, habe ich das jetzt gesichert schonmal. Bäh. So, 1, 2, 3. Wie viel brauchen wir? Warten wir mal. Gucken wir mal, ob wir mit 7 hinkommen. Achso. Ähm, ein bisschen Cobbl. Hast du noch ein bisschen Cobbl? Ähm, ne, ich habe da 9 Stück gegeben. Mehr haben wir nicht. Nein, dann nur noch Moonstone. Ne, das funktioniert leider nicht. Gold. Oh Mann. Oh, man. Oh, würdest mir noch verdammt ein bisschen Eisen zuwerfen, bitte. Geschmolzenes. Ich habe jetzt gerade alles schön im Craft da drin und stell fest, ich habe das Eisen ja wieder zurück in die Truhe gelegt. Das ist der Vorteil, wenn man zu zweit spielt. Ich danke dir. Hm, gut. Klick, klick, klick. Klick, klick. Jetzt habe ich 2. Das hilft mir jetzt auch nicht wirklich weiter. Noch ein? Ne, ne, das liegt am Cobblestone. Das ist das Problem. Achso. Wir brauchen mehr Cobblestone. Wir haben jetzt immer so lange gewartet, dass es draußen hält. Ich wollte doch noch schlafen vorher. Naja. Wir machen durch. Gut. Ich würde sagen, wir bereiten das Ganze vor mit den Pistons etc. Und dann bauen wir eine automatische Farm in der nächsten Folge. Was hältst du davon, Dave? Ja, das auf jeden Fall. Sehr gut. Wir bedanken euch wie immer. Wir bedanken uns wie immer bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.